Ja, Oma. Hallo, Oma. Ja, hallo. Du bist immer größer. Ja, ich höre immer größer, ne? Ja, grüß dich, Oma. Ja, hallo. Das ist aber schön. Oh, die Pippi ist groß. Die Pippi ist groß, ne? Die ist groß. Ja, die ist groß, ja, alter. Ja, die ist groß, ja, alter. Das sagt der Arzt auch. Ja. Hast du so dick gebacken früher? Das Baby ist schon. Ja, und die Verwandten auch alles? Ja, Kerstin. Ja, Kerstin, auch so groß. Wo müsstest du hinsetzen? Guck mal, das bitte, siehst du. Hier, ich schieb den Tisch mal hier weg. So, jetzt kannst du dich da hinsetzen. So, und wo wirst du hinsetzen? Thomas setzt sich da wieder rein. Aber du willst, also... Ja, sie geht in den Sessel. Setzt dich dann, und dann kriegst du die auf den Schoß. Ach so. Hallo erstmal. Hallo, Sonny. Interessant. Dann bin ich auch gespannt, wie der Mittelaugen wird. Ja. Sind noch dunkelblau, aber ich glaube, die werden dunkler jetzt. Ja, die sind auch schon ziemlich dunkel. Ja, vielleicht so wie bei uns, so braun-grün. Ja. Mal gucken, mal gucken. Ja. Genau wie Erstein eigentlich, braun-grün. Braun durcheinander. Ja. 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 Das ist die Algamane. Dunkle Haare und blaue Haare. Nee, ich lieber nicht. Ich bin so krumm. Nee. Nee, setz dich doch auf deinen Sessel. Nee, nee, ich setz mich hier hin. Genau. Dann setz dich mich hin. Ja, Oma. So. Jetzt werden Bilder gemacht. Jetzt kannst du so. Muss mein Kopf noch halten? Nee. Kann schon. Willst du schon? Kann sie schon. Dann gucken wir doch jetzt. Du bist nicht wie deine Mama. Ist doch schön. Die ich jetzt niemals auf den Arm nehmen wollte und drücken wollte. Er macht sie so zu mir. Mit beiden Armen. Will ich nicht vergessen, du. Oh. Da waren wir spazieren. In Langenheim war das. Wie alt war ich denn da? Weißt du's auch? Nee. Wo die Brunmbäne da war. Wie alt war ich da denn? Bisschen größer als die hier. Ich komme da mal ein bisschen hin. Bisschen, ja gut. Jetzt kann ich auch auf die Augen wehen. Darf ich dir irgendein Wasser anbieten zu trinken? Musschen. Du. Ja. Vielleicht war's das schon. Ja. Ich mag das. Oder Stücke. Das haben wir doch auch. Danke.